So, schönen guten Tag meine Freunde auf YouTube. Das ist die Frau Müller, das ist die Besitzerin von dem Laden Le Paris, Le Paradis, Le Paradis, direkt in Bad Ems hier. Und wir schauen uns mal ein bisschen um, gucken uns mal die ganze Lage hier an und dann schildere ich euch mal ein paar schöne Eindrücke von dem Laden. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Also ich sag euch Leute, so Läden unterschätzt man definitiv. Da mag man von der Corona-Krise gar nicht zu sprechen wissen, was das in so einem wunderschönen Laden hier dem eben anrichtet. Aber generell kann man einfach sagen, hier ist ein Flair, eine Atmosphäre drin. Die ist unbeschreiblich hochwertiger als die, die man vielleicht in so einem Massenladen findet, weil es eben hier noch um echte Werte geht. Die werden die Kunden richtig anständig bedient und es ist nicht so eine Massenabfertigung. Es geht hier einfach darum, das bestmögliche Erlebnis dem Kunden zu bieten, ohne dass es halt unbedingt auf einem Blatt Papier draufsteht und der Chef dir sagt, du machst das so. Sondern hier ist die Besitzerin einfach extrem herzlich und offen, so ist es mir vorgekommen. Und dementsprechend fühle ich mich auch wunderbar wohl hier und kann einfach gleich zu Beginn direkt mal eine tatkräftige Empfehlung aussprechen, dass ihr einfach mal hier in Bad Ems vorbeikommt und euch den ganzen Laden persönlich anschaut. Da muss ich allein mal hier so eine geile Uhr angucken. Ich meine, letztendlich findest du die nicht einfach so, wenn du irgendwie in so einem, was weiß ich, Ikea oder so unterwegs bist, sondern da muss man schon in so einen richtig schönen Laden hier reingehen und das Schmuckstück auf sich wirken lassen. Und hier hat man auch die Zeit, hier ist kein anderer Kunde, der hinter dir schon drängelt und sowas. Hier ist es einfach wunderbar. Ja, gleichzeitig verfügen wir hier natürlich über einen exquisiten Weinraum, Weinkeller. Können wir uns eigentlich direkt mal ein paar Flaschen mitholen und die uns abends gönnen. Aber jetzt mal gerade noch nicht, weil es ist noch recht früh am Tage. Und jetzt gucke ich nochmal, ob die Frau Müller auch bereit ist, uns mal hier ein paar Sachen zu erzählen. Ich hoffe, dieser schöne Laden hier in Bad M. Es hat Ihnen gefallen und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Genau, schön. War das so gut? Ja, wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Ja. So, Römerstraße, Bad Ems, Le Paradis. Da kommt er einfach mal vorbei, guckt euch in der Lade und auch nicht lohnt sich. Und wisst ihr was? Wir haben sogar ein Schnäps hier bekommen. Prost, Jan. Warm. Ja.